Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle waren am vergangenen Freitagabend entsetzt und erschüttert, als die Nachrichten aus Paris eingetroffen sind. Unser Mitgefühl, unsere Trauer gilt den Opfern und ihren Hinterbliebenen und auch für meine Fraktion kann ich sagen, es ist ein gutes und richtiges Zeichen, dass der Landtag von Baden-Württemberg am heutigen Tag ein einmütiges Zeichen setzt, nämlich das einmütige Zeichen, wir stehen gegen Gewalt, wir stehen gegen Terrorismus, wir stehen an der Seite unserer französischen Freunde, die von diesem furchtbaren Terrorakt getroffen worden sind. Und dass dieser entsetzliche Terrorakt ja nicht ein Terrorakt ist, der allein Frankreich trifft, sondern ein Terrorakt, der gegen die westliche Kultur, gegen die Freiheit an sich gerichtet ist, das haben wir spätestens am gestrigen Abend festgestellt, als das Fußball-Länderspiel abgesagt werden musste, weil es offensichtlich eine vergleichbare Terrordrohung gegeben hat. Das macht deutlich, wir sind alle bedroht, wir sind alle bedroht durch diesen Terrorismus und deshalb ist es notwendig, dass alle demokratischen Kräfte gemeinsam gegen diesen Terrorismus stehen und ein Zeichen setzen gegen den Kampf, gegen den Terror. Und es ist auch notwendig, keine Verknüpfung herzustellen zum Flüchtlingsthema. Wie das ja manche getan haben am Tag danach. Denn, und das wurde bereits zu Recht gesagt, ein nicht unwesentlicher Teil der Flüchtlinge flieht ja genau vor diesem Terrorismus, der am vergangenen Freitag Frankreich getroffen hat und der am gestrigen Abend offensichtlich dieses Länderspiel verhindert hat. Und deshalb ist es notwendig, dass unser Staat wehrhaft ist. Wir Freien Demokraten sind für einen schlanken Staat, aber wir sind auch für einen starken Staat. Ein Staat, der die Mittel, die notwendig sind, hat, um solchen Bedrohungen zu begegnen. Deshalb, Kollege Schmidl, Sie haben es ja ausgeführt, Veränderungen innerhalb eines Antiterrorpakets, die dazu führen, dass es weitere Stellen bei der Polizei gibt. Wir sind der Auffassung, das reicht noch nicht aus, aber sie bewegen sich da durchaus in die richtige Richtung. Aber es ist auch notwendig, den Verfassungsschutz zu stärken. Denn nach den vorliegenden Meldungen war es ja so, dass es der Arbeit eines ausländischen Dienstes bedurfte, am gestrigen Abend an diese Informationen zu kommen. Und deshalb ist es, glaube ich, schon der falsche Weg, wenn wir unser eigenes Landesamt für Verfassungsschutz schwächen, beispielsweise durch den Abbau von zwölf Stellen im Jahre 2015. Und ein wirklich wirksames Paket hat eben auch zur Folge, dass wir unsere eigenen Aktivitäten in diesem Bereich ausbauen und sie nicht zurückführen, meine Damen und Herren. Und da würden wir uns etwas mehr erwarten. Die Bevölkerung in Baden-Württemberg erwartet mit Sicherheit auch vom Landtag, die Befindlichkeiten, die es in der Bevölkerung gibt, auszugreifen. Und zu diesen Befindlichkeiten zählt eine zumindest abstrakte Bedrohung, die die Menschen spüren. Eine abstrakte Bedrohung durch diesen Terrorismus. Und da ist es gut und richtig, wenn der Landtag von Baden-Württemberg deutlich sagt, wir geben den Sicherheitsbehörden die notwendigen Mittel an die Hand, um diesen Bedrohungen zu begegnen. Aber es ist auch notwendig, darüber zu reden, wie wir die Zuwanderung, die wir in diesen Wochen und Monaten erleben, steuern. Auch das erwartet die Bevölkerung. Denn es ist klar, die allermeisten Menschen, die zu uns kommen, fliehen vor Terrorismus, fliehen vor Gewalt. Aber es gibt eben auch die Befürchtung innerhalb der Bevölkerung, dass andere darunter sind. Und deshalb erwartet man auch an dieser Stelle, dass sehr deutlich gesagt wird, wir sind dazu in der Lage und auch dazu bereit, eben Zuwanderung zu steuern und zu kanalisieren. Und vor allem auch das zu erwarten, was der Kollege Wolf ausgesprochen hat, was auch Sie gesagt haben, Herr Kollege Schmidl, eben deutlich auszusprechen, dass diejenigen, die zu uns kommen, unsere Kultur, unsere Gesetze nicht nur zu akzeptieren haben, sondern sie müssen sich einordnen in unsere Rechtsordnung. Und sie müssen das akzeptieren, was in der Bundesrepublik Deutschland an Sitten, Gebräuchen und Gesetzen gilt. Auch das müssen wir in aller Deutlichkeit sagen. Diejenigen, die kommen, müssen unsere Rechtsordnung akzeptieren. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es notwendig, auch am heutigen Tag über das zu reden, was innerhalb der Bevölkerung gewünscht wird, nämlich, dass Politik einen Plan hat, nämlich einen Plan, wie wir unsere gesellschaftliche Integration regeln. Und gesellschaftliche Integration, davon war auch bei der Kollegin Sitzmann die Rede, bedeutet, auch Kollege Schmidl hat es angesprochen, wir müssen im Grunde einen Masterplan erarbeiten, wie diese Integration in unserem Land funktioniert. Sie haben zu Recht gesagt, für jeden muss eine berufliche Perspektive entstehen. Jeder muss die Möglichkeit haben, in unserem Arbeitsmarkt seinen Platz zu finden. Aber die Menschen wissen, dass die Möglichkeiten, die wir haben, eben nicht unendlich sind. Und deshalb ist es, glaube ich, notwendig, relativ rasch zu dem zu kommen, worüber wir schon lange diskutieren, nämlich zu einer Zuwanderungspolitik, die in einem Zuwanderungsgesetz mündet, das klar definiert, welche Möglichkeiten, wie wir hier haben und wie wir diese Möglichkeiten dann auch umsetzen. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir allen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen. Wie können wir unseren Arbeitsmarkt so flexibilisieren, dass es auch möglich ist, dass die Menschen, die zu uns kommen, zum Teil die Sprache noch nicht können, zum Teil gering qualifiziert sind, dann möglichst rasch in diesen Arbeitsmarkt auch integriert werden können. Wir brauchen Integrationskonzepte für die Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive. Aber wir müssen eben auch deutlich machen, welche Zuwanderung wir haben wollen. Und wir müssen deutlich machen, dass wir eben nicht die ganze Zuwanderung, die wir in diesen Wochen und Monaten erleben, tragen und integrieren können. Auch das ist notwendig am heutigen Tag. Und auch darüber müssen wir diskutieren. Über Sprachkurse, über die Frage der gesundheitlichen Versorgung, über die Integration in den Ausbildungs- und in den Arbeitsmarkt und über die notwendige Flexibilisierung dieses Arbeitsmarktes. All das ist notwendig, um eben der Bevölkerung deutlich zu machen, dass die Politik auf der einen Seite gemeinsam gegen den Terror steht, aber auf der anderen Seite eben auch die Probleme angeht, die im Moment von der Bevölkerung wahrgenommen werden. Unter dem Strich, glaube ich, ist aber das Entscheidende am heutigen Tag das gemeinsame Zeichen, nämlich das gemeinsame Zeichen des Landtags von Baden-Württemberg. Wir stehen gegen den Terrorismus. Wir stehen zu all den Aufgaben, die wir auch international haben, wo der Landtag von Baden-Württemberg leider wenig Möglichkeiten hat, selbst aktiv zu werden. Aber es ist, glaube ich, notwendig, es auszusprechen. Es wurde angedeutet bei den Vorrednern, der Terrorismus kann nicht erst dann bekämpft werden, wenn er unsere Grenzen überschreitet, sondern es ist notwendig, etwa für Syrien einen internationalen Plan zu entwickeln. Und es kann nicht nur ein Plan sein, der mit militärischen Mitteln vorgeht, sondern wir müssen uns auch die Frage stellen, wie können wir Möglichkeiten entwickeln, dass die Menschen dann, wenn die Kampfhandlungen zu Ende sind, dort auch eine Lebensperspektive haben. Auch das ist notwendig und wichtig. Und wir müssen natürlich auch auf der europäischen Ebene darauf drängen, dass die europäischen Nationalstaaten zu einer gemeinsamen Politik kommen, was in den letzten Wochen und Monaten leider so nicht der Fall gewesen ist. Und insofern, glaube ich, kann die heutige Debatte einen Beitrag dazu leisten, deutlich zu machen, dass dieser Terrorismus keine Chance hat, wenn Demokraten im Westen, in Baden-Württemberg, in Deutschland und in Europa zusammenstehen. Applaus 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 Applaus